Gau! Herzlich Willkommen! Was sind wir wieder? Hallo! Letzte Runde für diese Session. Ja, ich muss dann noch weiter. Ich hab noch ein bisschen was vor. Alles klar. So, wer ist das? Witzig aus. Lang 19 sogar. Ice Perchoo! Ice Perchoo! Klingt nicht deutsch. Oh, da kam Caps Lock. Caps Lock! Ich nehm mal ne Werkzeugkiste mit, he? Allerdings, ich schreibe jemandem kann nicht, bin in der Aufnahme, was schreibst du zurück? Wo? Ey! 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 Was denn? Mich? Nichts? Du warst mir fertig. Ich.. Ich bin doch fertig jetzt. Öh! Bei mir hat sich die Opfergabe nicht rumgedreht. Öh! Bei mir hat sich die Opfergabe nicht rum gedreht. Ja, bei mir auch nicht. Was war denn das für eine? Von ne Ahnung. Gab've auch nicht gesehen. Oh, eine mysteriöse Opfergabe. vergabe das blutnetz habe ich jetzt level 2 bekommen die gleichen items wie zuvor ist das richtig so ja du bekommst die ich meine die items die starken sie auch stapeln du bekommst in jedem blutnetz verschiedene items die sind immer gleich die kann man sich einfach sammeln manche sind selten die die speicherts dann einfach so die sind eine level 2 item oder so was war da bis jetzt bei item oder bei perks also items so die für eine ahnung ich weiß es nicht das ist das was ich im blutnetz sehe na items wenn du die vollkriegelst du hast alles hast du das oder du hast items wenn du wenn du in der kiste was findest und überlebst du musst unterscheiden zwischen item addon opfergabe und perk 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 sind spielervorteile zum beispiel killer in der nähe und so weiter die bleiben immer und da gibt es welche mit einem höheren level und niedrigen level das sind diese diese rhombus dann die opfergaben das sind die viele ecke die kannst du im spiel beigeben die dann die map verändern mehr haken mehr kisten dunkleres licht helleres licht und alles mögliche die verschwinden aber und dann gibt es noch items die führst du immer mit dir zum beispiel werkzeugkiste wenn du überlebst dann behältst du das item wenn nicht dann verlierst du es und die addons das sind die ganz kleinen vierecke neben dem item da kannst du das item verbessern da kannst du zum beispiel in die werkzeugkiste mehr werkzeuge reintun oder bad extra batterien in der taschenlampe oder verbandszeug mehr oder so so und das ist halt ist man muss sich da ein bisschen durch fitzeln was da praktisch ist und was hilft und was jetzt nicht so toll ist es gibt auch richtig so direkt neben dir teil der quali 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 links ist ein generator den machen wir direkt aber immer sehen was von gegner da gab es auch doch ja dann sind wir ja alle zusammen hallo wo ist der generator hier mein gott ich habe noch nicht gesehen soll ich versuchen zu reparieren oder war ich eher kaputt ich glaube ich mache es eher kaputt ich scoute meine runde gut ich krieg das schon hin kann es mal versuchen rauszukriegen was von killer ist am haken sieht man das okay ich mache meinen haken kaputt meine pöks sind weg meine pöks sind nicht geladen worden es ist ein ganz nackiger haken mit seilen entwickelt aus metall dann kennt es doch wie sieht der haken selber aus ist der rund oder eckig rechtwinklig hängt mich gleich dran der ist rund das ist doch kettensägen man meine pöks sind weg auch man ist doch dämlich ich will ich will man hat manipulieren das hat nicht funktioniert was ich wollte wollte renne ich direkt am haken vorbei vielleicht nicht meine beste idee nicht dorthin nicht zu dem haken da bin ich ich weiß nicht wo er ist es klopft nur noch musik ist aus ich glaube ich habe es geschafft so der haken ist kaputt mann der ist immer noch ganz in der nähe ich glaube der sucht mich ich gehe mal haken kaputt machen ich habe gesehen ich mache ganz viele beräusche das ist schlecht siehst du ein trakt Jonas wie wie wen sei ich wen sehe ich ein traktor nicht in meiner nähe zumindest ich bin aber gerade versteckt ich habe nämlich die ganze Zeit Puls mir gefällt der Puls nicht weil ich extrem laut bin noch irgendwo ein haken hier ja ja erschrick mich ist er noch bei dir ich weiß es nicht ich höre halt die ganze viel musik aber ich werde gerade von ice birchow geheilt okay doch nicht an der fallen stelle aus der fallen stelle da kann ich mal auch die falle sabotieren ja hat mich geheilt oh der ist hier mist hat nicht geklappt oh scheiße ich habe ihn gesehen ich glaube der will mich glaube ich oder hm das hört auf mit dem herz klopfen langsam ich habe es geschafft wer ist denn da jetzt am generator hier mit ich hm da kommt wieder zu mir glaube ich oh da ist direkt ein haken nee oder ich habe zwei haken kaputt gemacht ich habe ein bisschen schiss gerade ich weiß hier ich habe die ganze zeit herz klopfen die musik wird manchmal laut manche wird zu leise oh jetzt ist ruhe herrlich aber hier komme ich nicht durch da bin ich zu fett zwei generatoren kommen die schaffen wir doch wenn mehr spieler wenn weniger generatoren als spieler sind dann ist man eigentlich immer im vorteil aber hm hm hups naja also ich gelte ja noch nicht wirklich mit dem oh taschenlampe das kann doch nicht wahr sein wo seid dann alle ähm ich sehe den generator ich bin in richtung traktor ich sehe keinen traktor hier ist ein kaputter haken das ist schön ich probiere mal den generator zu machen ich bin gerade beim generator im feld oh nein ich sehe ihn oh oh jetzt hat er mich jetzt hat er mich getroffen jetzt ach dort bist du okay ich bin beim generator im silo er kommt direkt auf euch zu er kommt direkt auf euch zu und hat er mich gesehen ich bin im im schrank ich bin im schrank beim generator ja ich bin direkt bei dir und er hängt mich auch direkt bei dir da würde er jetzt in den schrank gehen oder ist er da stellt direkt vor mir eine falle auf naja und rennt richtung ja ich sehe ihn richtung schrank ein bisschen jetzt geht er raus und jetzt holt er sich gleich hier die gute da ist direkt jemand da versteckt sich jemand ziemlich geil der ist rennt weg sieht die andere versteckt sich gerade er ist hier läuft hinten lang am schiff lang naja es ist ein schiff das ist doch ein schiff oder nicht ich werde hier gerade von der guten frau geholfen ist ein kaputtes silo der kommt der ist da der ist da Entschuldigung Entschuldigung komm direkt da mach weg dich ist der Haken jetzt wenigstens kaputt? ach man oh ich muss kämpfen heb die falle auf ja ich wollte die ich hab dich ich hab dich vom Haken geholt und hab dich halt in diesen blöden ich wollte eigentlich die die falle entschärfen aber naja ähm er ist weg er ist weg wo hängst denn du immer noch gleich ab ich seh dich auch nicht ah ich hab nicht mehr viel geh hu ii macht nichts lieber so ich bin frei er kommt er ist da tschüss ich bin weg ei eieeh eieei youai Highway tu hast dich rumgebracht nein nein jetzt bin ich direkt tot so als er mich dran hat bin ich tot is dark das war's scheiße waren jetzt ist der ausgang fertig und ich bin tot du hast mich über die zubbaut hat mir einfach direkt weggeklaubt wieder ja da hatte ich in der wenn du drüber krabbeln wolltest na ganz genau 2000 punkte gemacht ich bin ja so wahnsinn und die eispirsche wird glaube ich gerade gerannt geht 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 ich hab mal ich mach mal regenbogen auf aber ich glaube ich mache mal bitte scheiße scheiße ich bin klar der hat mich gleich scheiße da hinten die eispirschu hat es geschafft die hat den fluchtweg geöffnet ich habe auch einen geöffnet sind beide offen aber sie rennt nie aber wieso werde ich denn wieder in keller gebracht ist ich finde es einfach unfair hat die rente bewusst wurden warum tut sie das kämpft er ja im moment jetzt stellt eine falle auf natürlich so ich muss dann aber los und immer noch im keller und geht jetzt aber hoch ja und sie rennt runter und wird jetzt direkt gefangen genau oh alter hat die ein glück gehabt da muss ich jetzt gehen naja normal ach komm scheiß drauf der verfolgt die ich gehe dich holen hallo 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 verdammt naja gut ich wollte es mal ausprobieren ich wollte entkommen aber es ist vor mir nicht möglich wenn so ich muss los ja dann viel spaß euch noch dann ich mich jetzt auch tot dann äh tschüss bis zum nächsten mal jonas auf wiedersehen ja bin raus wir sind jetzt auch tot ja du dann haben wir alle verkackt richtig schön gut na dann bis zum nächsten mal adieu tschüss tschüss